was geht ab heute mal wieder mit einer diskussion der talkrunde über ein thema das sehe ich bereits in mehreren videos angesprochen habe aber bisher noch keine zeit und keinen bock hatte dieses video hier zu drehen es geht um also ganz allgemein geht es um nientik und deren strategie aber hauptsächlich geht es um die neuen shiny crypto auf jeden fall gibt es ja seit gewisser zeit jetzt die rocket bosse und giovanni und manche haben auch schon giovanni gemacht ich bin immer noch bei stufe 2 der spezialforschung fehlen noch ein paar stufen bis ich giovanni herausfordern kann und mir dann ein crypto artus holen kann und ja die rocket sachen waren bisher um echt zu sein nicht so beliebt so wie ich das mitbekommen habe auch ganz normal die einfachen rocket sachen bisher und die rocket bosse auch ja viele beschweren sich dass es zu schwer ist und ne es an sich es ist bisschen schwieriger auf jeden fall ist nicht unmöglich ihr könnt euch im internet informieren videos schauen infografiken abchecken und euch gute konto aufbauen dann ist es eigentlich relativ gut machbar aber nichtsdestotrotz ist das interesse halt schon sehr sehr gering ich meine was kriegt man im grunde genommen kriegt man die chance auf den stein es gibt den sinno stein den gab es jetzt aber auch massig als pvp belohnung aber an sich kann man nie genug haben zumindest ich nicht weil ich möchte gerne die ganzen klamurksbonbons griffelbonbons traumvogelbonbons alle weg entwickeln dementsprechend kann ich persönlich nie genug sinno steine haben aber die meisten die einfach nur einmal jede sinno stein entwicklung haben wollen für die reicht es eigentlich die haben eigentlich genug von den steinen dementsprechend ist das jetzt kein so großer anreiz und dann gibt's halt den neuen stein den einer stein ich meine es gibt nicht so viele entwicklungen und ein paar steine kann man auf jeden fall gebrauchen aber das ist jetzt nicht so der ultimative mega anreiz und in einem halben jahr oder so haben wir auch davon alle genug davon und dann gibt's halt die neue einführung von shiny crypto das ist sozusagen der catch der grund warum alle jetzt crypto machen sollten laut nantik und kommt eigentlich irgendwie gar nicht so gut an ich meine viele interessiert sich wirklich also ich habe ein tiefgründigeres problem mit dem mit der ganzen sache weil es gibt ja normal shiny snivel, shiny sichlor, shiny mauzi und jetzt bringen sie meiner meinung nach etwas besseres in form von shiny crypto mauzi bzw shiny erlös mauzi für mich dementsprechend absolut kein grund shiny mauzi momentan hinterher zu jagen denn an sich will ich nur shiny crypto mauzi oder shiny erlös mauzi und es geht ja zurück auf dieses ganze stufenweise das ist ein viel größeres problem ich will diesen talk eigentlich gar nicht so weit ausweiten aber es gibt ja zurück auf dieses erst mal was schlechtes geben und dann und dann wiederverwerten den content in dem man etwas besseres gibt und dann noch vielleicht noch mal wiederverwerten weil zum beispiel jetzt cobalium cobalium ist nicht besonders gut das interesse ist nicht besonders hoch heute ist eine rage stunde beinahe nirgendwo ist eine rage stunde angemeldet das interesse ist beinahe nicht da ein grund ist natürlich weil cobalium nicht so gut ist der andere grund ist natürlich aber auch weil wir wissen alle irgendwann kommt cobalium wieder in shiny und da kann man abgehen das erste mal wenn pokémon da ist juckt eigentlich nicht muss man überhaupt nicht werden eigentlich habe ich auch schon öfters gesagt und jetzt langsam verstehen dass die leute und machen es halt auch die erste runde jetzt cobalium sogar dacke klar es gab auch verschiedene gründe dacke tier 6 wurde erschwert das hat die meisten leute genervt und relativ schwer zu fangen das hat auch viele genervt aber auch viele haben gecheckt hey dacke kommt eh nochmal wieder in shiny klar jetzt die hardcore spieler dacke ist krass wir haben den trotzdem gesuchtet aber die meisten jetzt so casual sage ich mal die verstehen langsam hey erste runde müssen wir nicht machen und jetzt ist es selbst so dass sie shinies aufwerten wie gesagt ich habe keinen grund ein shiny maozi zu jagen denn ich will ich will sammeln ja lucky shinies shiny luckies und ich will kein shiny lucky maozi sondern ich will ein shiny lucky erlöst maozi versteht ihr was ich meine ich es gibt kein grund das maozi zu jagen und diese philosophie langweilte langsam dieses ah ja wir geben euch was und in einem monat kommt irgendwie oder in einem jahr kommt irgendwie was besseres genau so wie bei mewtwo bonus wir kriegen newton monat lang ja später es kommt scheine aus mit einer besten attacke das heißt dieser eine bonus monat war vollkommen unnötig habe ich damals auch gesagt ich habe damals nicht mal 20 rechts gemacht ich habe nicht mal jeden tag meinen freien rate pass verwendet weil ich wusste ja der kommt noch mal wieder in shiny das heißt jeder mutter der damals gemacht wurde im grunde genommen war unnötig und das verstehen langsam die leute was ich schon vor einem jahr oder so gesagt habe und jetzt zum beispiel cobalium kein mensch macht den eigentlich weil wir wissen der kommt noch mal shiny und da können wir abgeben und das ganze weil jetzt zum beispiel kommen crypto actors oder kamen crypto actors und ich garantiere euch in einem jahr oder so kommt crypto shiny actors das wird sicher kommen oh ja das demotiviert mich auf jeden fall deswegen bin ich auch noch immer so hinterher mit der mit der quest war ich weiß es kommt shiny crypto ich weiß eh es kommt irgendwas besseres cobalium ich weiß eh es kommt ein besseres cobalium in der zukunft alles was nenntik macht erste runde kann man ignorieren denn es kommt eh nochmal besser und das das langweilt einfach das nimmt so die motivation man sieht es auch die leute merken es ich wiederhole mich aber es ist halt einfach so könnt ihr gerne unten in die kommentare eure meinung dazu schreiben habt ihr diesen trend auch bemerkt langweilt euch das auch dass nenntik das immer so jetzt macht aber jetzt dann noch mal die shinies upgraden so dass sogar die shinies nutzlos sind weil wer weiß in der zukunft kann ja alles kommen wir warten hier zum beispiel keiner macht cobalium weil cobalium irgendwann ins shiny kommt aber wer sagt denn wer sagt denn dass wir shiny cobalium in der zukunft machen wenn es nicht irgendwann in der zukunft zukunft shiny crypto cobalium gibt ich weiß verrückte idee aber nur so der gedanke wisst ihr was ich meine und das ist halt das was so nervt momentan jetzt weiß man nicht mal mehr sicher dass man bei den shinies abgehen kann oder sollte weil vielleicht werden die shinies auch noch mal geupgradet und dann denkt man sich vielleicht wenn ein shiny crypto rauskommt ja toll wieso habe ich jetzt dann beim shiny so viel geld und zeit investiert stellt euch vor diesen monat ging es gut ab mit shiny mewtwo und stellt euch vor in einem jahr gibt es shiny crypto mewtwo wie dumm kommen wir uns dann vor für alle die jetzt in diesem monat so oder in der woche so viele mewtwo gejagt haben wenn es in dem jahr noch eine bessere version gibt selbes gilt für real quasi wie klasse sind die abgegangen für shiny real quasi stellt euch einfach vor in einem jahr shiny crypto real quasi kann passieren oder klar momentan ist es noch so dass es halt nur einmal im monat ist diese spezialforschung aber stellt euch vor eine entgebringte radare raus die man kaufen kann und da kann man dann die ganze bosse herausfordern johannis herausfordern und dann die crypto legendären jahren es geht auch nicht nur um crypto legendäre wie gesagt liebe mauzi und sowas mauzi jetzt vollkommen relevant aber wie gesagt ich wiederhole mich das sind so meine gedanken momentan auch bisschen demotivierend was er endlich so macht ich verstehe schon klar von der content trader seite ist es natürlich genial du hast ein pokémon du kannst damit das dreifache an geld machen zum beispiel einmal dieses normale aus dann ist das entscheidende aus dann ist das entscheidende kippte raus und dann ist das entscheidende kippte mit hut raus oder was weiß ich will sie was ich meine also von dem aspekt natürlich macht das mega viel plus für die firma aber für mich mich langweils einfach keine ahnung leute das waren so meine gedanken die mir momentan so im kopf herumschwören die ich mit euch teilen wollte ich gerne ohne in den tag eure meinung dazu schreiben und dann ein bisschen diskutieren über dieses thema ich weiß das nennt sich power creep und das gibt es in vielen vielen spielen und das ist eigentlich normal aber schon demotivierend wenn man weiß hey neues wegen der es kommt raus und an sich muss man das gar nicht machen oder falls man es macht dann ist rein theoretisch geld und zeitverschöhnung wenn man sich so genau überlegt klar kann man sagen hey was machst du sonst in der zwischenzeit ist halt nur ein spiel aber wenn man wirklich effektiv spielen will dann sollte man es eigentlich nicht machen ja es macht spaß man kann mit den freunden rausgehen und dies das und ist halt immer noch zeit vertreibt und klar ich mache immer noch welche aber im grunde genommen irgendwo im hinterkopf ist immer der gedanke eigentlich ist das volle verschwenden weil wir wissen genau nächstes jahr stehen wir hier noch mal und jagen das scheinen zum glück habe ich noch eine ab jeder punkte weil sonst sonst würde ich auf jeden fall weniger reden aber für die arena punkte nehme ich eigentlich alles mit solange tausend arena punkte drauf kommen saftig wie gesagt nur paar gedanken von mir an euch ansonsten ihr wisst bescheid immer like und subscriben kommentieren check die analyse ab folge auf instagram facebook twitter check den shop ab vergesst nicht pokémon serious business zumindest das zweite mal wenn es zurückkommt